Affiliate Marketing Jetzt geht es endlich los mit dem Geldverdienen und ich zeige euch mal, wie ihr mit dem Affiliate Marketing ganz einfach starten könnt. Dazu beginnen wir einfach wieder mit der Seite moneyhacks.de Wie ihr seht, ist das Aussehen noch ein bisschen verändert. Ich habe es jetzt ein bisschen grüner gemacht, die Farbe des Geldes. Ich habe bei Hintergrundbilder eingefügt. Artikelbilder färbe ich auch jetzt einmal grün ein. Ich habe den Slogan noch mal ein bisschen unseriöser gemacht. Und ich habe die über mich Seite auch noch mal ein bisschen unseriöser gemacht. Vielleicht klappt es ja. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen einen Beitrag erstellen und dort wollen wir andere Produkte gegen eine Affiliate Provision verkaufen. Das bekannteste Programm für Affiliates ist Amazon. Das sogenannte Amazon Partnernet. Kann sich jeder kostenlos anmelden, geht in wenigen Minuten und je nach Produkt erhaltet ihr bis zu 10% von allem, was die Benutzer über euren Link auf der Webseite kaufen. Detail schon hier erklärt. Konto kann man leicht eröffnen. Und damit ihr das Ganze leicht in euren WordPress Blog einbinden könnt, gibt es natürlich auch wieder ein Plugin. Das installieren wir jetzt als erstes. Und zwar nennt sich das Amazon Simple Admin. Hier ist das Plugin. Jetzt installieren. Und aktivieren. Jetzt gibt es hier in den Einstellungen einen neuen Menüpunkt Amazon Simple Admin. Bevor das Ganze funktioniert, brauchen wir hier die Daten. Wir brauchen Amazon Access Key, einen Secret Access Key und eine sogenannte Tracking ID. Die erhaltet ihr, nachdem ihr euch im Partnernet angemeldet habt. Wenn ihr noch keinen Account habt, erstellt ihr einen. Ansonsten sieht das Ganze so aus, nachdem ihr euch eingeloggt habt. Und hier kann man einfach auf Partner Links erstellen gehen und kann entsprechende Links erstellen. Was man noch machen kann, man kann sogenannte Tracking IDs erstellen. Und Tracking IDs sind einfach kleine Codes. Die zeige ich euch. Und jeder dieser Zahlencodes ermöglicht es euch, anhand dieser eindeutigen Kennung zu erkennen, über welche Webseite ihr welche Verkäufe generiert habt. Ich habe jetzt hier mal für Money Hacks MH55-21 erstellt. Markiere ich. Und füge ich hier schon mal ein. Jetzt brauche ich noch den Access Key und den Secret Access Key. Wenn ihr auf Tools geht, habt ihr die Möglichkeit, die Produkt Advertising API aufzurufen. Und hier erhaltet ihr die beiden Daten. Wenn ihr noch keine habt, könnt ihr hier schnell welche erstellen. Dauert auch wieder nur wenige Minuten, und das ermöglicht es dem WordPress Plugin wiederum, automatisch Daten, Produkte, Bilder und weitere Informationen von Amazon abzugreifen. Diese Daten füge ich jetzt hier im Plugin ein. Okay, jetzt wähle ich noch den Ländercode. Wichtig hier auf Deutschland zu stellen, Amazon hat für jedes Land getrennte Marktplätze. Das heißt, wenn ihr internationale Produkte vermarkten wollt, müsstet ihr auch entsprechend einen Partneraccount auf Amazon.com zum Beispiel erstellen. Und Verbindungstyp. Ich habe die Webseite auf HTTPS, also verschlüsselt, vorn gemacht. Wer das nicht gemacht hat, lässt hier am HTTP stehen. Optionen aktualisieren. Und jetzt funktioniert es. Ihr seht hier, verbunden grün. Und jetzt gehen wir mal auf die Beiträge. Wir wollen einen neuen Beitrag erstellen. Und was bietet sich für Amazon natürlich am besten an? Das Thema Bücher. Also schreiben wir in den Beitrag die 10 besten Finanzbücher, die du gelesen haben solltest. Wir beginnen mit einem kleinen Intro-Text. Muss nichts Tolles sein. Und jetzt gehen wir einfach auf Amazon und binden die entsprechenden Bücher ein. Es gibt, das ist wichtig zu wissen, unter Tools, Site Drive, die Möglichkeit hier so eine Produktbar zu haben. Das ist das, was ihr hier in meinem Amazon-Account seht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Buch über Geld haben will. Kategorie Bücher Suchen Sehen wir hier einige Geldbücher. Wir beginnen mal mit Rich Dad Poor Dad ist ein Bestseller. Wir nehmen die Taschenbuchausgabe. Und jetzt schreiben wir hier unsere Überschrift. Überschrift 2. Wir schreiben ein paar Sätze zu dem Buch. Das mache ich später nochmal ordentlich. Und dann nutzen wir das Plugin. Asa Template Ich habe euch diese Zeile unten nochmal aufgeschrieben. Im Prinzip sagt ihr, Asa Plugin soll verwendet werden. Und mit TPL kann man verschiedene Templates angeben. Ein Template ist dabei einfach eine Designvorlage, wie das Buch nachher erscheint. Und jetzt braucht ihr die Amazon-ID. Die kriegt ihr hier oben aus der URL. In dem Fall ist das die 10-stellige ISBN-Nummer des Buches. Oder aber bei allen Produkten steht sie auch hier unten nochmal. Die kopieren und hier einfügen. Jetzt speichern wir den Artikel. Und öffnen die Beitragsvorschau in einem neuen Tab. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir haben hier unsere Einleitung. Und so sieht das ganze Buch nachher aus. Jetzt sehen wir hier noch, View on Amazon ist auf Englisch. Das wollen wir noch auf Deutsch haben. Und dazu gehen wir auf Plugins Editor. Wir machen das mal im neuen Tab, damit wir leicht zum Beitrag zurückkommen können. Hier vorsichtig sein, da kann man was kaputt machen. Zu bearbeiten ist Plugin wählen, Amazon Simple Admin. Das ganze Plugin ist auf Englisch, kommt aber mit einigen Templates, also Designvorlagen. Die findet ihr hier auf der rechten Seite unter TPL, Build In. Und hier sehen wir das Template, das wir eben verwendet haben. Das ist ganz normal HTML-Code mit ein bisschen CSS. Flatbox Horizontal. Das war genau das, was ich dort gerade geschrieben habe. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel View on Amazon. Also was machen wir? Auf Amazon Ansehen. Das speichern wir. Und jetzt gucken wir uns den Beitrag nochmal an. Und das Ganze ist auf Deutsch. Jetzt machen wir noch die richtigen Kategorien. Das gehörten alle Kategorien, weil wir nehmen so viele verschiedene Bücher wie möglich. Und wir legen ein Beitragsbild fest. Ich habe da schon mal eins vorbereitet. Hier habe ich einfach wieder von Pixabay zwei kostenlose Bilder genommen. Die mit ein bisschen Transparenz übereinandergelegt mit Gimp. Und speichern. Jetzt aktualisiere ich nochmal meine Vorschau. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe die einzelnen Kategorien. Ich habe das Beitragsbild. Und ich habe mein Buch. Und dann gehe ich wieder auf Amazon. Und suche mir typische Geldstichwörter raus. Zum Beispiel Börse. Dann sehe ich hier. Daytrading, Vereinsteiger, Finanzielle Freiheit. Das klingt gut. Nehme ich als nächstes Buch rein. Ich habe mal ein paar Minuten übersprungen. Aber nach ungefähr 15 Minuten sieht der ganze Beitrag so aus. Zehn Bücher sind drin. Ich habe einfach die Bestseller von Amazon genommen. Jeweils mit dem Template, so wie vorhin beschrieben. Kategorien sind gesetzt. Und das Schlüsselwort setzen wir noch. Unser Schlüsselwort ist die besten Finanzbücher. SEO-Wert ist gut. Jetzt aktualisieren wir das Ganze. Und wenn wir jetzt auf die Webseite zurückgehen. Sehen wir den Beitrag. Der taucht hier ebenfalls auf. Oder aber auf Artikel. Und jetzt haben wir hier zwei Beiträge. Die zehn besten Finanzbücher, die du gelesen haben solltest. Ich habe das Datum mal ausgeblendet hier oben. Ich schreibe zeitlose Artikel. Kann man immer lesen. Und dadurch wirken sie vielleicht auch auf den einen oder anderen immer aktueller. Die meisten der Bücher sind auch wirklich relativ alt. Von daher spielt es keine Rolle, ob das nur diesen Monat oder vor fünf Monaten veröffentlicht wurde. Hat aber den Vorteil, dass der Besucher eurer Webseite nicht sofort sieht, dass das jetzt in kurzer Zeit zehn oder zwanzig Artikel veröffentlicht wurden. Okay. Und hier sind zehn Finanzbücher, die du gelesen haben solltest. Und das war's. Wenn jetzt jemand hier auf Amazon ansehen klickt, öffnet sich der Amazon Link in einem neuen Tab. Und wenn er dieses Buch jetzt kaufen würde, Preis 9,90 Euro, erhalte ich zehn Prozent Provision vom Verkaufspreis. Also 99 Cent. Das Spannende ist, wenn er jetzt noch eine Waschmaschine dazukauft oder einen Crosstrainer oder irgendwas völlig anderes, vielleicht für 100 Euro, kriege ich trotzdem je nach Produktkategorie nochmal die zehn Prozent Provision dazu. Und so kann sich das langsam lohnen. Also wenn ihr relativ viele Besucher habt oder interessante Produkte gefunden habt, solltet ihr auf jeden Fall das Amazon Partnerprogramm mitnehmen, selbst wenn ihr andere Geschäftsmodelle eigentlich bevorzugt. Das kann man in jedem Blog schnell integrieren und ist ein solides Nebeneinkommen. Das kann man in jedem Blog schnell integrieren und ist ein solides Nebeneinkommen.